Servus Kreatie und Hallo und Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Baden Farmer und freue mich, dass du bei diesem Projekt wieder mit dabei bist. In der letzten Folge haben wir einen Rundgang über unsere Hoferweiterung gemacht. Wir haben jetzt einen großen Kuhstall und wir haben Schafe und wir haben eine Olivenplantage. Jetzt schnappen wir uns den kleinen Fendt mit der Düngespritze und fahren für die zweite Düngestufe durch die Reihen. Musik Musik Unser Grasfeld am Hof ist bereit für den ersten Schnitt. Mit dem Glasschlepper und einem Front- und Heckmähwerk werden wir nun die Wiese mähen. Anschließend werden wir die abgelegte Grasschwart mit einer Ballenpresse zu Silageballen pressen, einsammeln und für unsere Kühe einlagern. Ich wünsche dir gute Unterhaltung beim Zusehen, dein Baden Farmer. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.